Musik Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist Anfang April und meine Wanderung beginnt wieder an der Bushaltestelle zur Winterseite in Rehsiepen. Und zunächst mal gehe ich rauf zur SGV-Hütte. SGV-Hütte. Rechts. Und dann nicht runter ins Tal, sondern den ersten Weg links. Und jetzt wollt ihr natürlich wissen, wo ich hin will. Naja, das weiß ich nicht. Was mache ich? Ich gehe jetzt erstmal diesen Weg von der SGV-Hütte rauf in den Berg. Und der geht eigentlich überall hin. Wenn man diesen Weg folgt, kommt man zu Esenbeck. Nach Winkhausen, zum Weißenkreuz. Nach Niedersorpe, nach Lennebeck und weiß nicht. Überall geht es hin. Zum kleinen und zum großen Bildchen. Wenn man um den Berg herum läuft, kommt man da auch wieder hin. Also überall geht es hin. Jetzt gibt es gleich einen Weg nach links. Und den kenne ich noch nicht. Und jetzt kann ich natürlich ganz einfach irgendwas kennenlernen. Nehmt man seine Karte, seine Wanderkarte, guckt drauf und weiß, wo es hingeht. Habe ich nicht getan. Ich habe die Wanderkarte zwar mit, aber nicht drauf geguckt. Und das werde ich auch nicht tun. Ich werde jetzt einfach gleich den ersten Weg links gehen. Und da sehe ich ja, wo ich hinkomme. Ich habe zwar eine Ahnung, wo ich hinkomme. Nämlich zu Esenbeck wahrscheinlich. Weil der geht nämlich rauf. Aber ja, ich weiß es nicht. Sehen wir ja. Hier unten an der rechten Seite liegt Obersaupe. Der Weg und der Berg macht jetzt also eine Linkskurve hier. Und genau an dieser Stelle, da geht ein Weg nach oben. Diesen hier. Und da sind keine Schilder. Und den mache ich jetzt. Gucken, wo der hingeht. Da sind Rehe. Die habe ich jetzt gestört. Drei, vier habe ich gesehen. Also, wo gehe ich hin? Nach dieser Steigung. Wenn ich rechts gehe, habe ich wahrscheinlich eine ganz wunderschöne Aussicht. Mache ich jetzt aber nicht weiter Rehewaren. Ich will die nicht weiter stören. Also gehe ich hier links. Naja, es steigt ein bisschen hier. Und jetzt, dies kenne ich aber. Ich weiß nicht mehr, wie man hier weiterläuft. Hier geht es rechts. Und da geht es links. Ja. Ich glaube, ja, ich laufe erst mal da bis zur Ecke. Schau mir das an, wo das hingeht. Aber ich glaube fast, dass ich rechts muss. Erst mal gucken, wie es da aussieht. Ja, ich weiß jetzt ziemlich sicher, wo dieser Weg hingeht. Nämlich nach Rehsieben. Weil in diesem Tal, unten, ist die SGV-Hütte. Mit dem Trampelfad, die runter geht. Also, wenn ich von hier zu eben weg will, dann muss ich die andere Richtung nehmen. Also, ich gehe jetzt nochmal wieder die 100 Meter zurück. Und dann geht der Weg irgendwann links hoch. wahrscheinlich zur Ebenbeck. Und genau, was ich jetzt erwartet habe. Dieser Weg geht zur Esenbeck. Ich sehe schon die Hütte da. Ja. Also, liebe Leute, ihr fragt euch jetzt natürlich ab, warum läuft der Kerl nicht irgendwo anders rum? Und nur immer in Rehsieben und auch in Esenbeck. Ja, das hat natürlich damit zu tun, dass wir mitten in der Corona-Zeit leben. Und dann soll man sich ja, dann soll man ja nicht überall rumlaufen. Und deswegen mache ich im Augenblick Wanderungen ja, rund Rehsieben und in jedem Fall in der Nähe. Und ich verspreche euch, sobald das besser ist, dann mache ich wieder richtige Wanderungen über. Ach, das sind ja auch richtige Wanderungen. Aber dann gehe ich irgendwo anders hin. Den Rothaarsteig will ich zum Beispiel laufen. Dann erzähle ich euch den vom ganzen Rothaarsteig. Alles, was ich da erlebt habe. Aber eben Geduld. So, jetzt bin ich oben. Jetzt muss ich mir natürlich überlegen, wo ich hingehe. Und genau das weiß ich noch nicht. Ja, ist gut. Also, ich bleibe oben. Schön warm oben. Ich nehme den Kammweg zunächst mal bis zur Drehschlade und da schaue ich mal, ob ich zum kleinen Bildchen gehe oder großes Bildchen oder beides und von da aus wieder zurück nach Rehsieben. Ja, liebe Leute, das ist jetzt die nächste Kreuzung. Ihr wisst, ich bin von der Esenbeck gekommen und das hier ist die Drehschlade. Wenn ich jetzt nach links laufe, dann komme ich wieder runter ins Saubeltal nach Rehsieben. Geradeaus ist das kleine Bildchen. Vom kleinen Bildchen gehe ich dann wieder nach Nordenau, wenn ich das will. Und hier runter, das hatte ich euch vorgestern schon mal gezeigt, da geht es nach Lengenbeck und dann geht es zur Klause. Wisst ihr noch, dass ich euch erzählt habe von der Klause? Dass ich da als Kind Sinalco getrunken habe und Schmalzbrote gegessen habe. Das geht also hier runter. Was ich jetzt mache, ist, ich gehe einfach zum kleinen Bildchen und dann gucke ich mal, was ich da mache. Bis gleich. Tschüss. Ungefähr anderthalb Kilometer von der Drehschlade bin ich jetzt am kleinen Bildchen. Und zwar, dies ist der Herrhagen und da unten im Tal sieht man jetzt nicht ist Nordenau und wenn man hier links geradeaus an der Hütte weitergeht, dann kommt man nach Altastenberg und hier kann man wahnsinnig gut kommen. Weit, ganz, ganz weit. Das mache ich jetzt nicht, weil sonst bin ich ganz schnell in Nordenau und da kann mich niemand abholen und so wie ihr wisst, fahren auch fast keine Busse mehr. Jetzt kann ich mich hier entscheiden. Entweder gehe ich steil nach unten und dann bin ich schon nach einem Kilometer zurück in Rehsieben. Mache ich aber nicht. Was ich jetzt mache, ich gehe jetzt von hier zum großen Bildchen. Das ist noch zwei Kilometer und vom großen Bildchen gehe ich dann wieder zurück nach Rehsieben und das ist noch mal zwei Kilometer. Also irgendwie zwischen vier und fünf Kilometer werde ich jetzt noch machen. Bis gleich. Und dies, liebe Leute, ist das große Bildchen. Hier geht es nach Siedlinghausen, Schmalenberg, Rehsieben und also auf der Straße und nach rechts geht es nach Althastenberg. Hier kommen nicht nur ein paar Straßen beieinander, sondern auch Wanderwege. An der anderen Seite ist ein Wanderparkplatz mit großer Karte. Da kann man also eine Menge machen, eine ganze Menge Wanderung und ich gehe jetzt diesen Weg zurück. Mal gucken, ob das geht, weil es ein bisschen glatt ist. Also da links, von dem Weg links, da bin ich hergekommen, vom Kammweg, von der Eisen weg und jetzt gehe ich hier runter. Ich habe viel Schnee gehabt. Ja, viel. Viel ist es ja auch nicht. Auch für April finde ich ist es schon eine ganze Menge, was da in den Schattenregionen liegt und hier ist es teilweise weggetaut und teilweise, da hinten sehe ich, ist es wieder, ist der Schnee ein bisschen liegen geblieben. Das ist auch gar nicht so schlimm, es ist nur ein bisschen glatt. Da, wo der Schnee getaut ist und wieder angefroren ist, da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Also, ich habe jetzt noch zwei Kilometer bis nach Rehsieben, von hier aus. Also vom kleinen Bildchen aus auf der linken Seite. Man kann auch auf der anderen Seite laufen, dann ist es etwas mehr, gut drei Kilometer. Das hatte ich, glaube ich, noch nicht erzählt. Also unterhalb des großen Bildchens und zwar in diesem Tal hier entspringt die Sorbe. Dann kommen ja überall hier aus den Bergen kommen ja Rinnsale dabei und manchmal auch richtige Bäche, die runterlaufen, zum Beispiel dies hier. Das kommt jetzt aus diesem Berg und das geht ja sofort alles in die Sorbe rein. Und da das ein Tal ist, das Sorpetal, kommen jetzt von zwei Seiten kommen hier Bäche runter und manchmal nur Rinnsale. und dadurch ist die Sorpe nach einem, zwei Kilometer eigentlich schon ziemlich groß. Und jetzt geht es hier runter nach Rehsieben, hier nämlich. Und wenn man jetzt hier weiterläuft, geradeaus, dann geht es wieder zurück zur Drehschlade. Ich lese mal ein bisschen vor. Also, kleines Bild von hier geradeaus, 0,4 Kilometer, weil da geht es jetzt in 50 Metern, geht es so in den Berg rein und dann ist man so wieder oben in einem kleinen Bildchen. Dann Drehsieben noch 600 Meter und so weiter. Und zur Drehschlade ist es noch einen Kilometer, wenn man hier also geradeaus läuft. So, und jetzt geht es hier runter ins Tal. Ja, hier ist es schön warm in der Sonne, ist die Temperatur ganz toll, aber überall wo Schnee liegt, dann ist es noch verdammt kalt, muss ich sagen. Ein richtiger Hohl wäre ich hier. Toll, ne? Fällt mir jetzt irgendwas ein. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Habe ich irgendwann mal, aus einem Gedicht, habe ich mal in der Schule gelernt. Durch diese hohle Gasse muss er kommen, glaube ich, aus Schillers Glocke. Ich weiß es auch nicht mehr, aber schön ist trotzdem, oder? Und ich laufe jetzt hier auf der Winterseite, guckt euch die Sommerseite an. Grandios, ne? Nix, kein Schnee. Schon über zwei Tage weg, der Schnee auf der Sommerseite. Ja, das ist Drehsieben und ja, man kann hier jetzt rechts runtergehen, kommt man zur Straße, man kann links gehen, kommt man zur SGV-Hütte. Oder, was ich jetzt mache, mal gucken, ob da kein Schnee liegt. Ist das zu glatt hier? Ich gehe nämlich jetzt ganz einfach hier runter ins Dorf. Ja, es ist nur hier am Anfang das Schnee. Hier geht es um kleine Lila, liebe Leute. Es hat mich wieder sehr gefreut, dass du mit warst und vielleicht bis zur nächsten Wanderung. Es war wirklich schön. Ach ja, ihr solltet auch wissen, wie viel Kilometer das war. Ja, ungefähr zehn nehme ich jetzt an. Also, liebe Leute, hat mich gefreut. Euer Wolfgang, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.